Er wird vielleicht auch das eine oder andere Mal mit Dennis Schröder gezockt haben. Auf jeden Fall. Und er arbeitet halt unheimlich. So, jetzt müssen wir den Ball nach vorne. Auch die Towers könnten noch faulen. Fast der Ballverlust. Bazu mit dem... Und er zählt. Und in letzter Sekunde... Gewinnt Heidelberg. Wird Andreiher. Winzen Andreiher, aber auf jeden Fall gewinnt Heidelberg. 77, 75, jetzt wird's angezeigt für Andreiher. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020